Moin und hallo und willkommen zurück zu MyTimeAtPorsche. Wir sind heute... Mach's gut, Ack. Jetzt komm ich schon durcheinander. Wir haben heute Sonntag und es ist nicht viel zu tun. Im Augenblick. Ich hab betrieben, der Generator. Ich brauch einen einfachen Ofen dafür. Kann ich nicht draufklicken und dann... Nee, geht leider nicht. Okay. Ich wollte ins Museum, siehst du. Und ich muss eigentlich noch graben gehen. Dann geh ich erstmal graben. So, Spearie müssen los. Dann gehen wir erst graben. Und dann geh ich nochmal im Museum vorbei. Oder ich müsste eigentlich jetzt ins Museum vorbeigehen, ne? Das ist auch wieder blöde. Das gibt's doch nicht. Nee, dann ist egal. Dann geh ich jetzt graben. Museum weiß ich nicht, wie lange das offen ist. Wahrscheinlich auch nur bis 6 Uhr oder bis 8 Uhr. Ich müsste gucken, was ich eigentlich noch bauen kann. Und was nicht. Dann mach ich das morgen. Ist egal. Ich werd morgen sowieso nochmal unterwegs sein. Muss ich das alles nochmal ein bisschen schieben. Wichtig ist jetzt, dass ich hier... Lass das Spear. Dass ich hier das letzte Teil finde. 20 Gold bezahlen. Ja. Denn ich möchte gerne noch den Ritter mit der Klinge bauen. Dazu muss ich aber das Glück haben, dass ich dann auch die Klinge finde. Um das endlich abzuschließen. Ups. Soldat mit Klinge Teil 2. Nein, ich brauch Teil 3. Einfach Schaltkreise. Soldat mit Lanzi Teil 5. Federn, Kisten, Brillenglas, Schmiermittel. Kisten. Ventile. Nein. Waschmaschine. Federn. Kisten ohne Ende. Auch nicht. Federn. Wunderlampe Teil 2. Nein, das ist auch nicht richtig. Belliges Spielzeugboot. Nein. Das wird ja echt spaßig hier noch, ne? KI-Motor. Soldat mit Lanze Teil 3. Lanze brauch ich nicht. Ich brauche Klinge. Energielampe Teil 2. Schmiermittel. Energielampe. Oh, jetzt geht ein App hier. Soldaten mit Axte Teil 1. Nein. Ich habe echt kein Glück hier, ne? Nix, nix, nix. Nope. Das ist Leistungszentrum. Ente auf König Teil 2. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Wo muss ich denn hier? Hier, hier, buddeln. Buddeln nochmal. Okay. Schauen wir mal. Teil 2. Genau, das fehlt mir. Und dann fehlt noch ein Teil. Meerjung Katzenstatue. Ente auf König Teil 3. Boah, was geht denn ab hier gerade? Wenn ich jetzt noch die Klinge finde, das wäre toll. Die Klinge würde ich noch gerne haben wollen. Soldat mit Klinge Teil 4. Soldat mit Klinge Teil 3. Ach du, meine Güte. Das gibt es doch nicht. Das Glück ist mir echt toll. Jetzt hier gerade. Da ist die Klinge. Alles klar. Dann haben wir tatsächlich alles zusammen. Wer will ich jetzt hier auch gar nicht sammeln eigentlich? Ach komm, gib her, wenn ich das schon mitnehmen kann. Dann nimm es mit. So. Dann habe ich es ja echt geschafft jetzt, wa? Dann habe ich die Sachen, die ich noch... Warum hänge ich jetzt hier fest? Lass mich raus hier. Ich muss hier drehen, drehen, drehen. Dann habe ich ja noch alles zusammengekriegt, was ich brauchte. Muss ich hier wieder raus? Ich glaube ja, ne? Da geht es wieder raus. Alles klar. Dann habe ich ja echt Glück gehabt. Wow. Das ging ganz schnell. Dann kann ich hier schneller gehen. Das kann ich vielleicht noch fertig bauen. Vielleicht sogar. Vielleicht noch wohl im Museum abgeben. Weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Ich könnte aber beim Museum noch vorbeischauen. Jetzt dadurch, dass ich nicht so lange gebraucht habe. Perfekt. Hi Merlin. Ist auch noch Reliktjagd gewesen. Hi Mali. So. Schnell zum Museum. Ist bloß nicht stolpern hier. Okay. Da gucke ich nochmal gerade. Ich komme gleich wieder, Spira. So. Ich muss mich eigentlich mit Emily nochmal verabreden. Jetzt hier, ne? So. Ich habe ja auch Chaos gerade im Inventam. Mann, Mann, Mann. So. Ähm. Gibt es hier noch neue Sachen? Ne, ne? Doch. Gibt es. Wow. Okay. Das sind aber Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Leider. Was möchtest du so? Solat mit Lanze, dann kriege ich das Teil. Na, das brauche ich alles nicht. Piratenhut. Ne, das ist alles, äh, Solat mit Lanze, Teil 1. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Webstühle. Die Säge, Sägestufe 2 kann ich machen. Das ist der einfache Ofen. Also, ich habe nur die einfachen Sachen gemacht. Bis auf den Webstuhl. Da habe ich tatsächlich die neuen Sachen gemacht. Und da oben. Was war da nochmal? Wird das gerne, würde das gerne sortieren. Da war jetzt nicht großartig viel. Okay. Wollen wir mal gucken. Aber es sind noch ein paar Sachen zu finden. Ich habe die Fürchtung, wenn ich in die andere Mine gehe, in unsere Ruine, dass da auch noch viel ist. Also, ich kann auch eine Menge craften, wenn ich das hier sehe. Das ist ganz gut. Dann werde ich mich da gleich mal ranmachen. Aber das wird halt auch noch seine Zeit in Anspruch nehmen, bis ich dann wirklich alle Sachen gecraftet habe und dann da reingepackt habe. Okay, wir reiten nach Hause. Wir gucken mal, ob wir da noch ein paar Sachen fertig kriegen. Wobei, ich kann Django nochmal fragen. Kann ich dir was fragen, Django? Was möchtest du heute lernen? Ich will dir ein paar Gerichte mit dir teilen. Schau mal, zu welchen du etwas hören möchtest. Gericht Nummer 1. Roter Pilz. Kugelfisch. Mehl. Nehmen wir mal Kugelfisch. Eine weise Entscheidung, ich kenne ein Gericht namens Kugelfischsuppe. Um es zuzubereiten, brauchst du nur etwas hier von Kugelfisch. Pammus, Papaya, Zimt. Okay, das habe ich schon, leider. Das ist ja doof. Ich habe schon, ich muss eigentlich mal gucken. Das wäre toll, wenn man irgendwie wüsste, äh, oder irgendwie markieren könnte, was man noch nicht hat. Das wäre ganz toll. So, Spira, nochmal knuddeln. So. Hast du toll gemacht, ne? Ja. So. Äh, du bleibst hier? Okay. Musst du mal gucken, habe ich denn eigentlich Gegenstände? Ich muss mal gucken, ob ich den Ring nicht vielleicht doch schon gekauft habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich könnte schwören, ich habe nur einen Ring gekauft. Was ist das hier, ein Federschal? Tag, Kissi, ich kann das Herz da mal reinschmeißen eigentlich. Äh, das hier, das kann ich da auch noch reinschmeißen. Dann möchte ich das auch los, die Möbel. Ach, das habe ich nicht im Museum platziert, egal. Da ist, was ist das? Magnetisches Armband. Ne, das ist es auch nicht. Hier ein Ring, nein, das ist doch da. Ehering. Ein hinreißender Diemannring, ein Beweis der Hingabe, kann nur Liebsten gegeben werden. Welchen Status habe ich denn bei Emily eigentlich? Sind wir schon, sind wir schon soweit? Seelenverwandte, Beziehungsvorteile, Ehefrau, Äthaias. Ach stimmt, ich wollte mir ja noch hier Dings besorgen. Das wollte ich ja noch machen. Das weiß ich, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich hier alles gedingstet habe. Da muss man gucken, sie mag auf jeden Fall Rosen, alles klar, sie ist ein Rosenfan. Asteria mag sie, aber sie mag Rosen noch lieber. Sie mag auf jeden Fall keine Huma. Okay. Seelenverwandte, wir haben auf jeden Fall ein Herzchen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass wir nochmal sagen. Also einen Ehering habe ich schon, das heißt, das könnte ich dann als nächstes machen, aber ich denke mal, wir werden noch so zwei Verabredungen machen und dann werde ich in den Ring gehen. Das heißt, es wird jetzt demnächst Schlag auf Schlag gehen, hoffe ich mal. Bis dahin hoffe ich dann, dass ich auch hier mal ein bisschen Ordnung reingekriegt habe in das Chaos. Das könnte nämlich noch interessant werden. So, ich gucke mal, dass ich jetzt gerade mal mein Chaos hier beseitigt kriege. Wenn ich das sehe, das ist ja echt eine Katastrophe. So, ähm. Das ist alles weg. Das kommt alles hier drüben rein. Gucken wir mal. So, dann haben wir das hier alles rein. Zack, zack, zack. Ist das hier viel Kram? Das kommt da nicht rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Okay. Dann muss ich das noch hier reinpacken. So. Mal gucken, das brauche ich, das packe ich mal da oben hin. Das ist noch so ein Teil, weiß ich noch nicht genau. Das kann ich jetzt bauen. So und so. Das ist noch Essensgedöns, das kommt alles hier hin. Das ist noch, wo habe ich das denn? Ein Glücksbeutel. Rangbelohnung. Was ist denn, was ist denn hier als Rangbelohnung drin? Da muss ich mal gucken, warte mal. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich. Das habe ich von einem historiösen Mann gekriegt. Rangbelohnung. Ach du meine Güte. War das jetzt eine Klinge oder was, oder wie, oder wo? Was ist hier gerade passiert? Ich bin gerade verwirrt. Ich habe jetzt gerade nicht darauf geachtet. Habe ich hier noch was gekriegt? Nein. Doch, ich habe was gekriegt. Soldat mit Lanze Teil 3. Achso, das sind Sachen, die brauche ich tatsächlich nicht unbedingt. Soldat mit Lanze da. Davon brauche ich jetzt noch ein Teil. Dann kann ich dich nämlich auch fertig machen. Ich gehe jetzt aber nicht mehr ins Museum dafür. Dafür ist es jetzt zu spät. Was mache ich denn morgen? Beziehungsweise, ich kann es ja aufbauen schon hier. Das finde ich ganz gut. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das Gefäß fehlt mir noch aus den verlassenen Ruinen 1. Und was war das hier aus den verlassenen Ruinen 2? Oh, die Meerjungkatze fehlt mir noch. Da habe ich natürlich jetzt nicht darauf geachtet. Das darf doch nicht wahr sein. Teil 1, Teil 2, Teil 4. Und es fehlt mir Teil 3. Da muss ich gleich mal gucken. Da muss ich ja auch noch mal in die Ruine. Das ist natürlich jetzt unglücklich gelaufen. Ich dachte, ich wäre fertig. Fertigen. Jetzt muss ich gucken. Soll damit klinge? Ja. Oh, muss ich auftanken. Warte mal. Kann ich das mitnehmen? Kann ich das vielleicht hier reinstellen? Kann ich dich hier irgendwo platzieren? Nein, dich darf ich nicht platzieren. Das ist ja doof. Okay, das heißt, ich muss die tatsächlich draußen stehen lassen. Das ist ja jetzt echt doof. Äh, nein. So. Drehen. Was soll ich da stehen lassen? Jetzt habe ich dich zu weit da drüben hingerückt. Nein, du musst weiter hier rüber. So. Drehen. So, passt es. Okay, Energiesteine habe ich definitiv hier drin. Ich muss nur gucken, wo. Energiesteine. Energiesteine, ne? Geben wir mal zwei. Da sind doch zwei Energiesteine, oder? Ja. Energiesteine. Kann ich die hier rein donnern? Fertigen? Nein. Was mache ich denn da? Ich habe es heute. Mit E. So. Auftanken. Ja. Und Soldat mit Klinge. Ach. Cool. Das habe ich auch nicht gesehen. Baut der das jetzt Stück für Stück auf, oder was? Tatsache. Da kann man das richtig sehen. Okay. Das wusste ich gar nicht jetzt hier. Das ist also auch machbar, aber es dauert dann halt. Wahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel nicht mehr ins Vorschungszentrum gehen kann. Das ist ganz gut gemacht. Cool. So. Allerdings, wenn das bei mir im Schlafzimmer stehen würde, würde ich die Krise kriegen. ein industrieller Ofen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gebaut für Dingens. Dann bauen wir den mal. Und jetzt, ja, dann haue ich mich ja mal ins Bett, oder? War jetzt noch irgendwas? Das kann ich gerade überlegen. Ähm. Das hatte ich erledigt. Wie sieht das denn hier aus eigentlich? Ist Dünger noch da? Habe ich Dünger schon wieder vernachlässigt? Oh, Dünger ist schon wieder leer hier. Gut, dass ich jetzt nochmal nachgeguckt habe. So, dann hauen wir hier nochmal Dünger rein. Ups, ein Stück. Wow. Ich muss echt wieder Dünger besorgen. Ich weiß nur nicht genau, woran es hapert. Kacke, sammle ich ja im Augenblick. Musst du denn mal gucken? Hm. Nicht genügend Gegenstände? Was? Weiß ich gar nicht. Hier muss ich noch die Dinger aufbauen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Kochen muss ich eigentlich auch nochmal. Oh je. Das geht aber ziemlich schnell eigentlich, muss ich zugeben. Hier, drei Stunden noch. Der ist schon zu drei Viertel. Finde ich cool gemacht. Das ist auf jeden Fall auch was. Und man sieht sogar schon, was dabei rumkommt. Nachher soll das erklingen. Alles klar. Na gut, das habe ich jetzt erledigt. Ich frage mich, wenn ich jetzt hier das Haus ausbaue, ob ich da noch eine Treppe nach oben kriege oder so hier. Das sieht halt noch ziemlich unspektakulär aus. Ich hätte gerne so eine richtige Küchenecke. Das wäre toll. Und ein Fenster da draußen wäre super, weil das ist hier sehr mau. Ich muss nochmal gucken, wie das Fußboden-technisch aussieht. Da würde ich auch noch gerne was machen. Vor allem der Fußboden im Schlafzimmer. Das ist eine Katastrophe. Also da muss ich... Da muss ich nochmal gucken. Das geht so nicht. Das Bett finde ich ganz cool. Da kann man echt nicht meckern. Und den Rest muss ich mal schauen. So. Ja. Hier ist echt noch trostlos. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Aber wenn wir hier demnächst zu zweit sind oder so, dann wird es sowieso ein bisschen voller. Da muss ich mal gucken. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Sofa hier mit dem Tisch nicht ganz passt. Da muss ich mal schauen. Aber ich glaube, ich müsste doch echt ein bisschen mehr Platz lassen. Man kann sich ja eigentlich nicht hinsetzen jetzt hier. Ich hatte gehofft, ich kann es so stehen lassen. Aber ich fürchte, das geht so nicht. Muss ich morgen machen. Ist egal. Ich kann mich ja nicht hier hinsetzen. Dann haue ich mich jetzt mal ins Bett. So. Und ja, mal schauen. Wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020